Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und diesmal kein Tutorial und zwar nur ein kleines Infovideo und zwar möchte ich sagen, dass ich jetzt einen neuen Channel habe, wo ich Let's Plays hochladen werde. Ich hoffe, Let's Plays sind bekannt für jeden. Das sind Channels, wo die neuesten oder ältere Spiele gespielt werden und dazu werden Kommentare gemacht und das Ganze wird dann einfach abgefilmt und hochgeladen. Das habe ich schon früher gemacht und hat mir recht viel Spaß gemacht, deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt einen neuen Channel darüber und der Kanal heißt ZuschauerLP, den Link packe ich in die Videobeschreibung und werde dann hier auch irgendwo ein Video sehen. Wenn ihr Interesse an Let's Plays habt, dann schaut mal vorbei, abonniert den Channel. Ich werde dann so immer wieder neue Videos hochladen, zur Zeit das Projekt gestartet Mafia 2, was seit kurzem raus ist. Bin gerade dabei ein paar Teile hochzuladen, wird dann auch in den nächsten Tagen neue Teile kommen. Und wenn ihr Interesse daran habt, einfach mal drauf gehen, abonnieren und weitersagen. Das soll es auch wieder gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.